Ich habe gar nichts gesehen, ich habe mich nicht gemeldet. Und es ist ja gar nicht aufgefallen. Meine Freunde wissen, dass ich ein Nuss im Englisch bin. Dann habe ich gesagt, ich gehe in London und mache einen Sprachaufenthalt. Ferien, Ferien, viele Ferien, schöne Ferien. Also, ja, einfach Ferien. Dann habe ich gesagt, ich gehe in die Ferien. Als ich in Berlin bin, bei meinem Präsidenten, um ein bisschen Ferien zu machen. Natürlich Philippinen. Ich habe immer wieder gesagt, ich habe nur ein Ticket hergebucht, aber nicht zurück. Und ich habe gesagt, ich gehe reisen, ich gehe in Brasilien. Ich habe mich auch noch gesagt, ich gehe auf Bali und Yoga machen. Ich habe gesagt, ich bin in den Ferien. Ich brauche ein bisschen Zeit und Abstand von allen. Als ich ein bisschen länger war, habe ich gesagt, ich gehe noch ein bisschen weiterreisen, ein bisschen das Land sehen. Ich bin in einem Reha-Aufenthalt in Davos wieder. Ich musste auch in den Ausland, wegen der familierigen Gründe. Und weil das wirklich oft vorkommt, haben sie mir auch sehr gut abgekauft. Ja. Von dem her, ja, Glück gehabt.